halbe stunde joggen sechs kilometer wald halbe stunde joggen sechs kilometer wald wenn ich es in genau halber stunde schaffe da war es eigentlich gar nicht so schlecht weil das geht ein wenig bergauf und bei einer stunde wagen sechs kilometer wald müsst ihr das praktisch kilometer dann weiter sein der ganze quatsch mein geliebter wald früher von der bundeswehr 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 also mal halbe stunde joggen hey you know